Lübeck, altehrwürdige Hansestadt. Seit Jahrhunderten ein Ort des Handels, der Werte, der Tradition, der Kultur, der Musik, des Schauspiels, der Künste, der Lebensfreude. Selbst in dunkelsten Zeiten haben die Menschen zusammengestanden, zusammengehalten. So, wie es sich Fernseharten gehört. Kein Krieg, keine Krise konnte daran etwas ändern. Dann kam Corona. Seit einem Jahr hält das Virus die Welt fest in seinem Griff. Die Pandemie lähmt unser aller Leben. Auch hier in Lübeck. Keine Treffen unter Freunden. Kein Sport, kein gemeinsames Training. Kein gemeinsames Lachen. Keine Kunst, keine Kultur. Längst stecken viele Kulturschaffende in schweren, existenziellen Nöten. Die Zukunft von kleinen Galerien, Bühnen, Bars, Diskotheken, Bands und Ateliers in unserer Stadt ist in Gefahr. Wollen wir das? Wollen wir unser Leben, so wie wir es kennen, für immer aufgeben? Wollen wir, dass kein Straßenmusiker, kein Akrobat uns mehr in eine Welt der Fantasie entführt? Wollen wir, dass wir, dass wir das wirklich, jetzt gilt es, zusammenzuhalten, zusammenzustehen, zusammen unsere Kultur- und Kunstszene so lebendig, so bunt, so vielseitig zu erhalten. So wie es Generationen vor uns für uns in Lübeck getan haben. Helfen Sie mit und unterstützen Sie uns beim Lübecker Kulturtaler. Helfen ist so einfach. Lasst einfach mal einen Thaler springen. Helfen Sie mit und unterstützen Sie mit den Kulturschaffenden. Vielen Dank.